Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem ersten Video auf Emilys Insider Channel. Es gibt eine große Frage. Wer ist der Ghost Pranker? Ich bin hier um das herauszufinden. Ah, Summit. Was hältst du denn von der kollektiven Ungerechtigkeit? Also ich finde der Pranker sollte sich einfach stellen und dann ist das Problem auch aus der Welt geschafft. Ne, 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 sehe ich ganz anders. Also wenn man nicht weiß wer dahinter steckt soll er plötzlich die ganze Welt dafür büßen? Ey das geht doch nicht. Ist doch logisch. Tim muss es sein. Er will es bloß nicht zugeben. Was ist das? Wo kommt das denn jetzt her? Also ich... Schau doch mal in der Tasche nach, vielleicht haben sie einen Affen mitgenommen. Aber er wirkte echt überrascht bei diesem Affen-Prank. Und willst du mit zur Base kommen? Ach ne, alles gut. Ich komme vielleicht nach. Danke Tim. Ciao, bis dahin. Aber überrascht kann ja auch jeder tun. Meine Pranks sind zwar sehr berüchtigt, aber warum sollte ich mir selber eine Gruppe graben? Wenn der Schuldige sich nicht meldet, werde ich die ganze Klasse bestrafen. Das ist total unfair. Ich kann doch jetzt nicht jede Stunde eine 6 schreiben. Jede Stunde. Ab sofort werde ich jede Stunde, ich wiederhole, jede Stunde einen Test schreiben lassen. Was? Was? Der bestraft einfach alle, obwohl er nur von einem einzigen geprankt wurde. Es ist unglaublich, aber wahr. Der Matemeier bestraft die ganze Klasse, nur weil ein einziger ein paar Pranks gemacht hat. Ich, Emily, habe einen Channel gestartet, der heißt Insider. Dort ist auch eine Online-Petition verlinkt. Die müsst ihr einfach nur unterschreiben, wenn Unrecht dafür nicht herrschen. Schreibt alle unten in die Kommentare, wie unfair das ist und vielleicht zeigt es eine Wirkung beim Matemeier. Ich setze auf euch. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich schon auf dich, dich, dich und dich. Tschüss! Draußen in der Spotlight, bring die Bühne zum Baby. Draußen in der Spotlight und sing, als ging es um dein Leben. Spotlight . . .